Oh, da fällt gerade eh ne hoch, Alter, guck mal. Ja, ey. Dann schön rechts aus der Kur, wenn sie da hinten runterknallen. Und hier sieht ja gar nicht so schön aus. Deine Wie versprochen haben wir uns die Mr. Sashjö heute hier. Oh ja, das brauchen wir jetzt. Immer fett Medium und der große Medium ist da oben. Wir machen jetzt mal kurz Pause. Pause nicht weil wir nicht mehr kennen, sondern Pause weil wir die jetzt einfach mal brauchen. Ja man. Das Geunhalter hat schon eine Existenz von minus 60. IQ von 3 Alter. Ja winkt mal alle dann wenn ihr vorbeikommt. Guckt euch mal die Treueste an die jetzt hier rein kommen. Ja. Das ist der erste Malon. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.